Ich freue mich sehr, Ihnen die nächste Darbietung präsentieren zu dürfen. Die nächsten beiden Künstler haben in den letzten beiden Jahren viel erlebt. Unter der Leitung des Cirque du Soleil auf einem Kreuzfahrtschiff die gesamte Welt zum Fahren gehörte dazu. Nun sind Sie hier in Passau und haben meisterhaftes Talent im Gepäck. Für Sie, die Avian Brothers! Was? Was ist los? Was? Du bist ein Problem. Was? Keine Brüder. Keine Brüder? Das ist mein Bruder. Für Sie, Henrik Ferres! Für Sie, Henrik Ferres! Für Sie, Henrik Ferres! Für Sie, Henrik Ferres! Vielen Dank. 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 Thank you.